Herzlich Willkommen bei Pferde Verrückt, dem Podcast für Reiterrebellen mit Anna und Ilja van de Castile. Hey, hallo, hier ist Ilja. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein, finde ich, unglaublich wichtiges Thema, so ein ganz großer Needlemover, also der, der wirklich dafür verantwortlich ist, dass du deine Ziele erreichst, deine Träume wirklich umsetzen kannst und der mir und bestimmt auch dir so schwerfällt, den Fokus zu halten. Gelingt dir das immer gut, also dich auf das zu konzentrieren, was du dir vorgenommen hast für den Tag, vielleicht für die Woche, für den Monat. Es ist so schwierig, finde ich, da wirklich ständig fokussiert zu bleiben und sich nicht ablenken zu lassen, wenn irgendein Meeting stattfindet. Also ich weiß noch, in meiner Zeit als Chefredakteur, da haben mich die Meetings immer komplett aus meinem Alltag rausgerissen und dann standen natürlich auch Mitarbeiter da und haben mich was gefragt. Dann rief die Geschäftsführung an. Ilja, kannst du mal vorbeikommen? Mails sollten gescheckt werden. Ich habe mein Handy nachher schon weggelegt, ja? Und ich wurde ständig rausgerissen und hatte wirklich Probleme, meinen Fokus zu halten. Und ich möchte dir heute fünf Tipps mit auf den Weg geben, wie mir das besser gelungen ist und damit auch dir besser gelingen kann. Der allererste Tipp und das ist, wenn du nur irgendetwas von dem umsetzt, dann mach es das. Der allererste Tipp, reduziere deinen Medienkonsum. Immer wenn du mit deinem Handy auf Social Media unterwegs bist und hochscrollst oder runterscrollst und Likes und alles drum und dran, dann entscheidest du dich. Du musst dich entscheiden, wo bleibst du hängen und wo nicht. Du bewertest ständig etwas. Und das ist sowieso, finde ich, sehr problematisch, wenn man ständig bewertend durchs Leben geht. Aber das ist ja jetzt nicht unser Thema. Aber du musst ständig eine Entscheidung treffen. Gefällt mir das? Gefällt mir das nicht? Wie bewerte ich das? Bewerte ich es gar nicht? Und es gibt Menschen, die stundenlang, also über den Tag verteilt, damit verbringen und komplett ihren Fokus verlieren. Vergiss nicht, diese ganzen Social Media Kanäle haben nur ein einziges Ziel, deine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, weil dadurch verdienen sie Geld. Und bitte, verstehe mich jetzt nicht falsch, ich nutze das auch. Auch ich, also ich bin vor allem der Instagram-Typ. TikTok habe ich mir mal kurz angeguckt, ist nicht ganz meine Plattform. YouTube natürlich, auf jeden Fall. Aber ansonsten, du kennst ja diese ganzen Plattformen. Du hast deine eigenen Plattformen mit Sicherheit. Bitte, sei disziplinierter. Setz bestimmte Zeiten, an denen du konsumierst und an anderen Zeiten, den Großteil des Tages, solltest du wirklich mit den Dingen verbringen, diesen Dingen Zeit widmen, die wirklich wichtig sind für dich, für deine Liebsten, für dein Pferd. Das Gleiche gilt auch für Medienkonsum im Sinne von News. Du darfst auch nicht vergessen, keiner der Journalisten ist schlecht, ist böse, aber ihr oberster Auftrag ist, Geld zu verdienen. Ihr oberster Auftrag ist nicht mehr, dich umfassend zu informieren, sondern Geld zu verdienen. Und sie wollen, um das zu können, deine Aufmerksamkeit, genau wie Social Media, wie Facebook und Co., sie wollen deine Aufmerksamkeit einfangen. Je besser ihnen das gelingt, desto mehr Geld setzt ihre Zeitungen, ihr Radiosender, ihr Fernsehsender um. Und was catcht unsere Aufmerksamkeit am meisten? Schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten lenken dich aber von deinem Fokus ab. Also schlechte Nachrichten ist natürlich klar, evolutionär bedingt war es für uns immer wichtiger zu wissen, wo lauert das Raubtier auf uns, die Gefahr, als wo lockt der Überfluss mit gutem, leckerem Essen, Früchten oder was auch immer. Das heißt, die negative Nachricht verkauft dich unendlich viel besser. Ich habe das in meiner Zeit als Chefredakteur auch erlebt. Wenn wir mal, das kam selten vor, wenn wir mal schlechte Nachrichten gepostet haben, die gingen durch die Decke. Ich weiß noch einen Fall, da ist eine Trainerin, die war schon tatsächlich vorbestraft und die ist dann von, wegen Tierquälerei, die ist dann von ihrem Hengst beim Verladen ins Gesicht getreten worden und war tot. Ich habe gesagt, da ist ein Mensch gestorben. Der mag vorher Fehler gemacht haben, auch entsetzliche Fehler, aber trotzdem ist ein Mensch gestorben. Ich möchte das nicht feiern. Das haben wir auch nicht gemacht, aber ich habe gesehen bei den Kollegen, bei den anderen Magazinen, das ging durch die Decke. Es ging wirklich durch die Decke. Bad News oder vielleicht war das sogar eine gute Nachricht für viele, das mag sein. Es ist trotzdem noch eine schlechte Nachricht gewesen. Also, und diese schlechten Nachrichten, vermeide sie, wo du kannst. Warum? Weil dein Verstand da wieder einhakt. Das ist wie so ein Angelhaken mit einem richtig geilen Köder, den du dann aufnimmst und um den deine Gedanken kreisen und damit verlierst du wieder deinen Fokus. Also, habe deinen Medienkonsum im Griff. Übrigens, das ist meine Überzeugung, aber nicht nur meine. Die wirklich wichtigen News erfährst du so oder so, auch wenn du nicht jeden Tag konsumierst. Ich meine, wenn du als Einsiedler im Wald lebst, vielleicht nicht, aber hier in unserer modernen Zivilisation die wirklich schlechten Nachrichten erfährst du so oder so. Also, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Mache dir immer klar, welchen Einfluss das, was du heute machst, auf dich selbst, aber vor allem auf deine Mitmenschen und auch auf deinem Pferd hat. Weil, wenn du zum Beispiel zu deinem Pferd gehen möchtest, bleiben wir ruhig mal dabei, dann hast du dir etwas überlegt, was du da heute machen möchtest, was du für dein Pferd, für eure Beziehung machen möchtest. Und verdeutliche dir das, wie wertvoll das ist, was du tust. Wie wichtig das ist, was du tust. Stell dir wirklich vor, wenn du das jetzt nicht machen würdest, du würdest nicht zu deinem Pferd gehen. Würde es deinem Pferd so gut gehen, wie es ihm gehen würde, wenn du da hingehst und das eben machst, was du vorhast? Du bist doch für dein Pferd eine sehr, sehr gute Lösung. Auch für deine Mitmenschen. Also, welchen Einfluss hat das, was du tust, auf deine Umwelt? Deine Mitmenschen, auf dein Pferd? Mach dir das absolut klar. Mein Tipp Nummer zwei. Der Tipp Nummer drei. Absolut wichtig. Absolut wichtig. Seitdem ich das mache, hat sich für mich alles geändert. Plane deinen Tag. Was ich im Moment mache, ist, wenn ich morgens wach werde im Bett, ich lasse die Augen geschlossen und stelle mir vor, wie mein Tag aussieht. Ich stelle es mir wirklich vor. Ich gehe ihn durch. Nicht en detail. Also, ich gucke jetzt nicht, wie viele Stifte liegen auf dem Schreibtisch oder sonst irgendetwas. Aber was möchtest du machen? Du stehst auf. Bei mir ist es morgens immer. Dehnen, Gymnastik, Stretchen, alles Mögliche, um in meinen Körper reinzukommen, um meinen Körper mit meinem Geist zu verbinden. Dann journal ich, dann plane ich meinen Tag, das, was ich dir gerade nahelege. Ich sage aber auch Dankeschön. Ich bedanke mich für das Wetter, den Wind, die Sonne, für meine Liebsten, meine wunderbare Frau, unsere wunderbare Tochter, auf das Kind, was bald das Licht der Welt erblicken wird. Und dann stelle ich mir weiter vor, okay, heute Morgen hatten wir zum Beispiel einen Termin beim Makler, weil wir eventuell ein anderes Büro beziehen wollen. Das habe ich mir vorgestellt. Wie wird das sein? Ich habe das Büro ja schon gekannt vom Exposé, von den Fotos. Wie sieht es aus? Wie fühlt sich das an, wenn du da durchgehst? Und so habe ich mir nicht en Detail, aber so fünf Minuten, maximal vielleicht zehn Minuten vorgestellt, wie der Tag abläuft. Und dann habe ich mich hingesetzt und das bitte ich dich auch zu tun, auf jeden Fall. Schreibe die drei Dinge auf, die du heute wirklich erledigen möchtest, Schrägstrich musst. Wenn du mir schon längere Zeit folgst, dann weißt du, das Wort müssen, das liebe ich nicht so sehr. Ich möchte es immer, Liebe durch ein Wort, ich möchte, das wollen ersetzen, ja, weil ich will es. Die drei Dinge, die wirklich wichtig sind, die schreibst du auf und du schreibst die drei Menschen auf, die du heute erreichen möchtest. Das müssen nicht immer drei Menschen sein. Drei Dinge sind es meistens, ja, aber es müssen nicht immer drei Menschen sein, weil mit deinen Arbeitskollegen, die triffst du ja sowieso, aber vielleicht hast du einen wichtigen Anruf zu erledigen oder du hast eine Verabredung. Schreibe das auf jeden Fall auf und plane den Tag. Schreibe auch unbedingt auf, was, wenn du heute zu deinem Pferd fährst, ist dir da wirklich wichtig. Plane, was du mit deinem Pferd machen möchtest. Das bedeutet jetzt nicht, dass du diesen Plan strikt einhalten musst, ja, also gar nicht. Aber trotzdem, stell dir vor, okay, sagen wir mal, du fährst heute zu deinem Pferd und möchtest mit ihm ausreiten und während des Rittes möchtest du traben, galoppieren, ein bisschen Konditionen aufbauen und so weiter und so fort. Und dann stellst du fest, es ist zu matschig. Also bei uns im Moment, der Schnee ist geschmolzen, alles ist getaut und wir haben so einen richtigen Lehmboden. Das ist wie Schmierseife. Ich würde dann, wenn ich das feststelle, dass es immer noch so ist heute, also ich war noch nicht draußen im Wald, dann würde ich mir auf jeden Fall sagen, okay, du reitest aus, aber dann nicht im Trab oder Galopp, sondern ich reite im Schritt aus. Oder wenn du auf dem Platz dir etwas vorgenommen hast, Galopp, Trabübergänge zum Beispiel und du stellst fest, dein Pferd ist heute eher müde, dann kann es ja sein, wenn dein Pferd vielleicht Probleme hat, wirklich ruhig stehen zu bleiben, dass du daran arbeitest. Aber ganz, ganz wichtig, plane deinen Tag, also die drei Leute, die du kontaktieren möchtest, die drei Dinge, die du heute unbedingt erledigen möchtest und was du mit deinem Pferd heute machen möchtest. Ganz, ganz wichtig. Dann dehne und entspanne dich regelmäßig. Worst case, so habe ich das damals immer empfunden, ich sitze acht, neun Stunden auf der Arbeit im Büro und arbeite einfach alles ab, was da ist. Die einzige Pause, die ich habe, ist, wenn ich aufs Klo muss, auf Toilette oder die Mittagspause. Ich mache es jetzt so, hier im Büro. Ich stelle mir den Timer meines Handys auf 40 Minuten. Du kannst auch 50 Minuten oder zur Not eine Stunde machen, aber länger würde ich es nicht machen. Und wenn dieser Timer dann Alarm schlägt, also piepst, lasse ich alles stehen und liegen und dehne und stretche mich. Fünf Minuten, maximal zehn Minuten. Und wenn es nur drei Minuten sind, egal. Dehne und stretche dich. Schließe deine Augen. Versuche dabei zu entspannen. Und sage dir das ruhig. Ich bin ganz entspannt. Ich lasse alles los. Ich bin ganz entspannt. Ich lasse alles los. Das ist wichtig, weil wenn du die ganze Zeit acht, neun Stunden oder wie lange auch immer, an deine Arbeit sitzt, glaube mir, dein Körper und dein Geist trennen sich und es fällt dir schwerer, den Fokus zu halten. Mit diesem Dehnen-Stretchen machst du genau das Gegenteil. Du gönnst deinem Körper eine wohltuende Erfrischung, Schrägstrich Entspannung. Du verbindest Körper und Geist wieder miteinander. Und indem du die Augen schließt, gönnst du auch mal deinem Sehsinn echt Ruhe, weil es ist anstrengend, den ganzen Tag auf dem Bildschirm zu starren oder überhaupt irgendwo hinzuschauen. Deine Augen brauchen auch einfach mal Ruhe. Fünfter und letzter Tipp. Sage erst mal Nein, wenn Leute dich um einen Gefallen oder um etwas anderes bitten. Bist du jetzt unhöflich? Nein. Weil du kannst ja nach Ja sagen, aber sag bitte nicht direkt Ja, weil dann hast du wieder pam, 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 pam im Laufe des Tages, drei, vier, fünf oder wie viel auch immer Zusatzthemen, weil du eben nicht Nein gesagt hast, die deine Aufmerksamkeit beanspruchen. Dann bist du bei deinem Projekt oder bei deinem Pferd, aber mit deinem Gedanken bist du dann schon bei den Projekten, zu denen du Ja gesagt hast oder bei den Gefälligkeiten. Deswegen sag erst mal Nein. Sagst du Nein, ich muss erst drüber nachdenken. Du denkst kurz drüber nach und fragst dich, ist das wirklich jetzt wichtig? Muss ich dieser betreffenden Person helfen? Möchte ich dieser betreffenden Person helfen? Und was passiert wirklich, wenn ich es nicht tue? Also zum Beispiel diese Person zieht um und fragt sich, du kannst mir heute nach Feierabend beim Umzug helfen oder morgen, wann auch immer. Frage dich, wenn ich nicht helfe, findet der Umzug da nicht statt? Du könntest dann zum Beispiel weiterfragen, wie viele helfen dir denn schon oder wie viele Leute bekommst du zusammen? Und wenn der Betreffende oder die Betreffende dann sagt, ach, sechs, aber es wäre cool, wenn du noch dabei wärst und du aber keine Zeit hast, dich müde fühlst oder auch nicht möchtest, dann sagst du, ich wünsche dir total viel Glück beim Umzug, aber ich kann im Moment nicht, ich habe so viele andere Sachen zu tun. Das ist übrigens eine der Hauptgründe, warum viele Leute irgendwann in den Burnout reinrutschen, weil sie zu viele Aufgaben übernehmen und nicht Nein sagen können. Nein ist ein Zauberwort, das dir so viel geben wird, so viel Energie, so viel Begeisterung, so viel Zeit auch. Also das sind meine fünf Tipps und bitte setze sie um, melde dich gerne auch mal bei mir, probiere es mindestens 30 Tage, ich sage besser 90 Tage, melde dich gerne bei mir, wie es dir gegangen ist oder vielleicht hast du auch andere Tipps, wie du deinen Fokus hältst, werde mich total interessieren. So, dieser Podcast ist Teil unseres Mindset-Moduls im Kurs, so bekommst du die Aufmerksamkeit deines Pferdes. Warum haben wir diesen Kurs konzipiert? Ganz einfach, ohne die Aufmerksamkeit deines Pferdes kannst du dich so sehr anstrengen, wie du möchtest, du wirst keinen Erfolg haben bei dem, was du tust. Egal, ob du dein Pferd gymnastizierst, egal, ob du ein nervöses Pferd, weil es dich erschreckt hat, beruhigen möchtest, egal, ob du gerade ein abwechslungsreiches Stangentraining machen möchtest, ohne die Aufmerksamkeit deines Pferdes ist all das nichts wert, weil dein Pferd eben nicht bei dir ist. Dein Pferd wird von dir nicht lernen. Stell dir mal eine Schule vor, wo der Lehrer vor der Klasse steht und einige in der Klasse dösen. Andere sitzen zusammen, unterhalten sich. Dann ist ja die Gruppe, die irgendein Game spielt oder sonstiges. Manche Schüler starren aus dem Fenster und träumen vor sich hin. Was, glaubst du, werden diese Schüler lernen? Was werden sie am Ende der Stunde mit nach Hause genommen haben? Also, ich würde sagen, nichts. Wenn überhaupt etwas, dann ist es zumindest sehr, sehr wenig. Also, der Lehrer braucht die Aufmerksamkeit seiner Schüler und du brauchst die Aufmerksamkeit deines Pferdes. Und das Ganze, damit du die Aufmerksamkeit deines Pferdes bekommst oder der Lehrer die Aufmerksamkeit seiner Schüler bekommt, fängt mit dem Fokus an. Ohne Fokus könnte der Lehrer bei seiner Klasse auch nichts leisten. Der würde die Aufmerksamkeit gar nicht kriegen, weil er wüsste ja gar nicht, was will ich jetzt hier überhaupt? Warum sind wir gerade in der Matheklasse oder Englisch und was machen wir gerade in Mathe? Geometrie oder Bruchrechnen oder Kurvendiskuss? Also, was geht ab? Du brauchst Fokus bei deinem Pferd, aber du brauchst, wenn du den Fokus hast, vor allem die Aufmerksamkeit deines Pferdes. Und genau darum geht es in unserem Kurs. Und vor allen Dingen geht es darum, du kriegst ganz, ganz viele wunderbare Übungen. Geht es darum, dass du eben nicht den großen Zampano spielen musst oder irgendwie der dominante Boss werden musst für dein Pferd, sondern wir vermitteln dir das Wissen, wie du mit den kleinen Dingen, mit den wirklich kleinen Dingen die Aufmerksamkeit deines Pferdes in jeder Situation bekommst. Also, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn ganz gerne, empfehle ihn gerne, deine Freunden, Bekannten weiter. Und wenn du dich für diesen Kurs, so bekommst du die Aufmerksamkeit deines Pferdes interessierst, dann findest du einen Link. Da klickst du drauf und kommst auf eine Seite, wo du alle Informationen rund um diesen Kurs findest. Und ich würde mich freuen, wenn wir dich dann in diesem Kurs sehen. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Ciao, mach's gut. Dein Ilja. Bis dahin. 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 Vielen Dank.